Langsam. Siehst du, es funktioniert, oder? Jetzt kommt es zu, jetzt mal ausrufen. Jetzt gehst du auch auf die Numendorfer Belächtung. Dann steu ich mal einen Einen. Nein, das zahlt nicht. Okay, da wird man ja schon gekauft um 6.000 Euro. Das ist die Yassi. Nein! Wir müssen ja fahren, oder? Da B&S-Filmen. Ja, da hat er einen Donut drauf, nicht? Ja, ist ja. Und du bist der Wasser. Ja, wir müssen ja. Das ist auch so. Ich bin ja. Vielen Dank.